Hallo der schöne Seele, herzlich willkommen bei den Rauhnachtsvideos. Heute um Mitternacht startet die 10. Rauhnacht bereits. Du weißt, die Rauhnacht gehen von Mitternacht bis Mitternacht. Und die 10. Rauhnacht ist im Monat Oktober zugeordnet und sie hat das Thema Bewegung, Wandel und Veränderung. Alles im Leben ist im Wandel, alles ist ständig in Veränderung. Doch wir sind so oft in unserer Angst, in unserer Unsicherheit, dass wir gerne etwas festhalten wollen, dass wir versuchen, das Leben, den Fluss des Lebens aufzuhalten oder uns außerhalb von diesem Fluss befinden und hoffen, dass alles beim Alten bleibt, dass alles gleich bleibt. Heute nutze die Zeit für dich zu reflektieren. Wo hast du noch Angst, weiterzugehen? Wo hast du noch Angst vor Bewegung, vor Veränderung? Ob es etwas Neues kommen darf? Wenn du möchtest, nimm dir einen Zettel und schreib dir mal auf, all die Situationen, wo du es selbst für dich spürst und merkst, du bist noch außerhalb des Lebens. Du hast dich auf die Seite oder an den Rand des Lebensflusses gestellt und wartest darauf, dass dich irgendjemand abholt und mitnimmt, dass dir irgendjemand Sicherheit gibt, dass dir jemand Halt gibt oder Stabilität. Versuche für dich die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass du selbst diese Macht hast, denn du weißt, wir sind in der Eigenverantwortung. Wenn ich darauf warte, dass jemand anderer mich rettet, dass mir jemand anderer die Geborgenheit gibt, dass mich jemand anderer hält oder mir jemand anderer Sicherheit verspricht, dann ist es ein Versprechen im Außen, das ich innerlich aber nicht fühlen werde. Und deswegen nutze heute die Zeit, um dir selbst wieder die Sicherheit und den Halt zu geben und vielleicht möchtest du dir einfach auch die Affirmation mitnehmen, alles ist im Wandel und alles geht vorbei. Egal wie schlimm, wie dramatisch, wie schräg oder festgefahren die Situation gerade ist, mir hilft es oft, mir innerlich immer wieder zu sagen, es geht vorbei. Es ist gerade jetzt der Moment, aber auch das ändert sich, denn alles im Leben ist Veränderung. Eine schöne und geniale magische 10. Rauhnacht und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist.